So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge nochmal als Erinnerung. Jetzt ist nämlich gerade 14 Uhr, ich möchte das trotzdem noch fix aufnehmen. Also jetzt ist schon wieder alles ein bisschen durcheinander, alles drauf und dran, Niantic hier, die hauen wieder ein Ding nach dem anderen raus. Morgen ist der Raid-Boss-Wechsel. Morgen verschwindet Kyokre, morgen kommt Groudon in die Raids. Das sollte vielleicht jeder auf dem Schirm haben. Morgen beginnt auch die Abenteuerwoche 2022. Die Abenteuerwoche ist diesmal richtig brutal, richtig fett. Und es wurde ja schon angekündigt, je nachdem wie gut wir beim GO-Fest abschneiden, beim weltweiten GO-Fest, was jetzt am Wochenende war, wird es vielleicht noch einen Ultra-Bonus für die Abenteuerwoche geben, beziehungsweise eine verbesserte Version der Abenteuerwoche. Was das alles ist, weiß man ja jetzt auch. Ich möchte euch das nochmal sagen, wer es nicht mitbekommen hat, ich möchte es mir selbst auch nochmal angucken. Und jetzt wissen wir auch, warum hier auf diesem Bild ein Icognito F zu sehen war. Ein Icognito F. Weil in dem Wort Abenteuerwoche so viele F drin sind, dass man da unbedingt ein F hinmachen muss. Selbst bei Ultra-Geheimnis. Warum der Buchstabe F? Wo ist der Zusammenhang? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Es war ja schon angekündigt, dass also morgen 7. Juni, 7. Juni 10 Uhr bis Sonnacht der 12. Juni die Abenteuerwoche stattfindet. Das ist eigentlich immer eine sehr coole Woche. Ich freue mich jedes Jahr wieder drauf, wenn die Abenteuerwoche kommt, wegen gerade meinem Aerodaktyl. Ich brauche noch XL-Bonbons. Aber diesmal gibt es viele neue Shinies und sogar zwei neue Pokémon-Debüts, die auch hier stehen, mit Balgoras und Amarino. Eigentlich war es jetzt so, dass die gar nicht in der Wildnis auftauchen, sondern im normalen Event. Hättet ihr diese nur aus Eiern bekommen, hier hättet ihr also brüten müssen aus 7km Eiern. Oder bei Feldforschungsaufgaben als Belohnung bekommen. Durch den Ultra-Bonus ändert sich das jetzt aber ein bisschen, was ich eigentlich richtig gut finde. Die Bonis sind immer noch die gleichen. Doppelte EP fürs Drehen von Pogestops. Fünffache EP für das allererste Drehen eines Pogestops. Und jetzt steht hier noch ein Hyper-Bonus. Die Eier, die während des Events in eine Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen doppelt so schnell. Gleichzeitig ist Hyper-Bonus. Inkognito F erscheint. Auch als Shiny. Aber nicht Wild, sondern in Raid kämpfen. Also, ich hab mich erst gefreut und gedacht, okay, die kleinen Accounts haben wieder was zu tun. Inkognito F, Shiny jagen für die Shiny-Buchstaben-Ikognito-Reihe. Aber ich hab gesehen, F gab es ja schon. Wann gab es das F? Das F gab es letztes Jahr beim Go-Fest. Wahrscheinlich gab es Go und F. Und jetzt gab es ja Go und UB für Ultra-Bestien. Aber das F ist nicht neu. Das gab es schon als Shiny. Ich habe das auch schon als Shiny. Ich hab mich mega gefreut, mit den kleinen Accounts wieder einen Shiny-Hand zu machen, auf Jagd zu gehen. Jetzt weiß ich, brauch ich gar nicht. Warum mal so dieses F? Warum nicht irgendwas, was ich... Mir fehlt momentan, glaub ich, nur der Buchstabe J. Dadurch, dass sich jetzt einer gemeldet hat, nach dem letzten Video, der mir ein B tauschen würde. Wir wollen das die Nacht, äh, morgen... Morgen wollen wir das machen. Mal gucken, ob das passt alles. Dann hab ich das B. Mir fehlt nur ein J von der Jodo-Tour. Jetzt wurde dieses Inkognito natürlich auch bei den Raids Stufe 1 hinzugefügt. Also, die Raids sind immer noch die gleichen. Kleinstein, Alola-Kleinstein, Mogelbaum, Kießling, Inkognito-F. Alles kann Shiny sein. Und bei den Raids der Stufe 3, Rizaros, Potro, Despotas, Stolos... Ich weiß, viele sagen jetzt, ich raide Despotar. Oder kannst du Despotar-Raids machen? Gibt es Despotar-Raids für Zuschauer? Theoretisch hätten wir die Möglichkeit, am Dienstag Despotar-Raids für Zuschauer zu machen. Aber ich würde euch trotzdem raten, raidet Groudon. Es wird irgendwann Mega-Despotar reinkommen. Dann habt ihr viel mehr davon. Wenn ihr Bonbons braucht oder gute IV, dann kriegt ihr das bei Mega-Despotar. Wenn ihr Energie braucht, die gibt es nur bei Mega-Despotar. Und wenn ihr einen Shiny haben wollt, das gibt es nur bei Mega-Despotar. Das normale Despotar aus dem 3er-Raid kann nicht Shiny sein. Schmeißt nicht alles hier rein, wenn bald oder irgendwann oder demnächst oder nie Mega-Despotar kommt. Raidet Mega-Despotar. Wenn ihr noch ein gutes Despotar braucht. Konzentriert euch jetzt auf Groudon. Denn Groudon ist auch mega stark, sehr nützlich und eigentlich mein Lieblings-Legendäres Pokémon und Lieblings-Legendäres Shiny Pokémon. Sieht einfach mega genial aus. Raidet also Groudon. Ich werde am Dienstag aber keine Groudon-Raids machen. Ich habe da noch was zu tun. Ich werde trotzdem aber von 18 bis 19 Uhr Mega-Aerodactyl anbieten. Für die Leute, die da noch Energie brauchen, um ihre Mega-Entwicklung durchzuführen, biete ich da Mega-Aerodactyl an. Raids für Zuschauer. Wer da noch was braucht, schaltet am Dienstag ein. Ansonsten könnte man Donnerstag vielleicht ein paar Groudon schon machen oder halt am Wochenende. Aber macht keine Despotar-Raids. Wer unbedingt Shiny-Icognito braucht, kann das machen. Aber Rest würde ich erstmal so lassen, wie es ist. Es gibt eine befristete Forschung im Hyper-Bonus, bei der ihr drei kostenlose Brutmaschinen bekommen. Das haben wir jetzt auch freigeschalten. Es gibt eine begrenzte Forschung, die den ganzen Tag wieder einen Anspruch nimmt. Und zwar am Sonntag. Sonntag, diese Woche, gibt es einen begrenzten Forschungstag, wo ihr leider wieder rausgehen müsst und müsst Fotoscheiben drehen, also Pokestops drehen, um an den Pokestops Aufgaben zu bekommen. Um bei den Aufgaben, bei der Erfüllung am Ende, dann eben Cognodon oder Schilderus zu erhalten. Die beide ja als Shiny im Spiel schon sind. Die sind nicht neu. Gibt es ja beide schon. Ich fand es trotzdem cooler natürlich, als ihr die Aufgaben direkt in euer Inventar bekommen habt und konntet die dann abarbeiten. Dann hat nämlich jeder genau die gleiche Anzahl und gleiche Seiten gehabt an Aufgaben. Jetzt ist es wirklich so, wohnst du auf dem Dorf und hast nur 10 Pokestops, kannst du nur 10 Aufgaben machen. Wohnst du in der Stadt und hast 500 Pokestops, könntest du theoretisch 500 Aufgaben machen und hast 500 Mal die Chance, Shiny Cognodon zu bekommen und Shiny Schilderus. Ihr werdet wieder benachteiligt durch euren Ort und dann ist es kein Wunder, dass viele Leute natürlich spufen und dort spielen, wo viele Stops sind, weil sie einfach bei sich nichts haben. Und in so einem Event dann eben wieder vor den Kopf gestoßen werden. Und sagt nicht, ja dann müsst ihr halt was einreichen, wenn ihr nichts habt, dann könnt ihr nicht wirklich leveln, dann seid ihr auch nicht so weit, dann könnt ihr auch nichts einreichen. Was jetzt aber zusätzlich ist, während dieses Forschungstages von 11 bis 15 Uhr, sind 4 Stunden, von 11 bis 15 Uhr, wilde Pokémon. Balgoros und Amarino erscheinen je nach Uhrzeit häufiger in der Wildnis. Werft auch einen Blick in den Himmel, wenn ihr einem wilden Amarino begegnet. Ein besonderes Wetterphänomen könnt ihr euch erwarten. Also eigentlich nur aus Eiern oder Feldforschungsaufgaben. Am Sonntag gibt es sie aber von 11 bis 15 Uhr auch in der Wildnis. Verpasst das nicht, geht da auf Jagd. Die wechseln sich auch ab. Von 11 bis 12 gibt es Amarino. Von 12 bis 13 gibt es dann Balgoros. Von 13 bis 14 wieder Amarino. Und von 14 bis 15 wieder Balgoros, wenn ich das hier richtig lese. Die sind komplett neu, die sind nicht shiny. Die können nicht shiny sein, fragt gar nicht noch hundertmal nach. Aber sind neu. Könnt ihr trotzdem aus diesen 7 Kilometer Eiern bekommen die ganze Zeit. Aber eben am Sonntag von 11 bis 15 Uhr könnt ihr die auch wild fangen. Zusätzlich von 11 bis 15 Uhr am Sonntag gibt es die ganze Zeit Dicta, Alola, Dicta, Kleinstein, Alola, Kleinstein, Onyx, Littomilf, Stolunio, Mogelbaum, Rihorn. Rihorn wohl noch am nützlichsten von diesen Pokémon. Gerade mit Rihorn habt ihr da einen richtig guten Gesteinsangreifer, würde ich mal dazu sagen. Also merkt euch, Hyperbonus freigeschalten. Wir kriegen shiny Eccognito F, was ihr raiden könnt. Und ihr kriegt diesen besonderen Forschungstag. Diese begrenzte Forschung, wo die wild erscheinen. Wo ihr hier Aufgaben lösen könnt, falls euch noch shiny Cognodon oder Schilderus fehlen. Ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert. Im gesamten Event, wisst ihr ja, spawnen also ab morgen dann die ganzen Banausen hier. Wo ich auch sage, Lavitar ist cool, Rihorn ist cool, Cognodon ist auch cool. Kann auch alles shiny sein, was hier oben steht. Aerodactyl wird mein Ziel sein. Ihr könnt eben, weil ja gerade Lavitar auch wild erscheint und auch Pupita wild erscheint im Event, müsst ihr keine Despotar Raids machen. Lavitar kann shiny sein. Also macht keine Despotar Raids. Nehmen den Pass wirklich für Groudon. Ich werde trotzdem versuchen, also Eier zu brüten, weil Galabafloss und Flapterix ja neu als shiny erborgen da sind. Und die gibt es eben nur in den Eiern. Also muss ich sieben Kilometer Eier brüten. Hab vielleicht Glück, schön Bonbons für die zwei neuen mitzunehmen. Und die Möglichkeit auf shiny mit Galabafloss Flapterix. Da wird es vielleicht ein Eiervideo geben, mal wieder. Joa. Und ansonsten, Feldforschung sind hier auch drin. Der Rest hat sich nicht großartig geändert. Finde ich also cool. Gab es eigentlich auch noch nicht, dass man ein Event angekündigt hat. Und man durch andere Sachen das Event verbessern kann, sodass das Event in der verbesserten Form dann auftritt. Warum shiny incognito F auftaucht? Das schließt sich mir immer noch nicht. Hätten sie A gemacht für Abenteuerwoche oder A und W. A und W in Raids. Das W gab es noch nicht. Das wäre richtig cool gewesen. Die Woche, die Abenteuerwoche, die A, W. Ansonsten schreibt nochmal rein, was sind eure Ziele? Ändert sich was für euch? Habt ihr jetzt andere Ziele durch den Ultra-Bonus? Oder macht ihr das gleiche wie bisher auch? Weil euch der Abenteuertag gar nicht interessiert? Also diese begrenzte Forschung und ihr das incognito nicht braucht. Was sind eure Ziele? Schreibt es drunter. Morgen 10 Uhr geht es los bis zum Sonntag. Dann nochmal hier diese begrenzte Forschung. Wir morgen 18 Uhr. Mega Aerodactyl Rates für Zuschauer. Donnerstag vielleicht schon ein bisschen Groudon. Und Wochenende dann, denke ich mal, Samstag auch Groudon. Sonntag weiß ich noch nicht, ob man jetzt das dann streamt oder was anderes. Oder nochmal Rates. Weil Rates kann ich ja wenigstens mit dem Thomas immer ein bisschen labern. Aber der, vielleicht ist er ja selber unterwegs da draußen und zockt. Also schauen wir uns mal an. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Ich muss noch Hell in the Cell fertig gucken. Das Hell in the Cell Match mit Cody Rhodes und Seth Rollins. Und dann geht es ja 15 Uhr schon wieder weiter mit Kyoko Rates für Zuschauer. Da bin ich auch dabei für ein paar Interaktionen. Also bis gleich im Stream. Ciao. Uh oh.